Ja, servus, servus Freunde, willkommen zum nächsten Teil, oder quasi zum ersten Teil des Guides zu Summoners. Die letzte Folge habe ich ja mit 0,0 bezeichnet, war mir ein bisschen zu allgemein. Heute will ich mich um drei Themen kümmern. Das sind einmal die Abschnitte des Spiels, das geht recht schnell. Dann das, was sehr, sehr viele interessiert, die Monster. Und, also welche Monster sind gut, welche Monster sind schlecht und auch für in welchen Phasen sind welche Monster gut und schlecht. Und natürlich der dritte Punkt, oder dann eigentlich mehr der zweite Punkt, sind Belohnungen und wo muss man darauf achten, was man schnell machen sollte. Und da machen wir uns nämlich schnell dran. Und ihr seht, am Anfang wird man mit Energie zugeschüttet, die man dann ausgeben kann und muss. Aber das ist nur am Anfang so. Nachher wird Energie auch irgendwann teuer. So, ihr seht, ich bin Level 5, kurz vor Level 6. Und ich habe, wir waren ja eigentlich schon recht weit mit dem Wald von Garen, den habe ich ein paar Mal durchgefarmt, dass die Monster, die ich habe, alle ein volles Set Energierunen haben. Ups, der ist neu, da kommen wir gleich dazu. Der, der. Und das heißt, ich bin, da ich drei Monster habe, überall jetzt eine Rune, quasi das ganze Ding dreimal durchgegangen. Habe da dann diese Monster als Belohnung bekommen, sowie das Monster. Alle Silbermonster könnt ihr, also mit Silberem Sternchen hier oben, die sind ganz klar, die sind Food. Da gibt es nur ein und zwei Sterne davon. Die könnt ihr vertrainieren, um eure anderen Monster zu stärken oder aufzuwerten. Und natürlich, wenn ihr das Glück habt, ein Drei-Sterne-Monster da rauszuziehen. Da kommen wir später nochmal in Ruhe dazu, wenn wir über die Monster reden. Aber dann freut euch, weil dann ist schon mal für mindestens mal euer Level jetzt was richtig Gutes dabei rumgekommen. War in meinem letzten Run, darum hat der noch keine Runen. Aber ja, ist sehr nice, hat mich sehr gefreut. Was ich noch bekommen habe, sind zwei mystische Schriftrollen und sechs unbekannte Schriftrollen, die wir ganz am Ende vom Video aufmachen und uns mal angucken. Ein paar Crystals, die zusammenkommen. Wie gesagt, spart euch die Crystals. Das ist die echte Geldwährung, die Echtgeldwährung. Und die sind wichtig. Die sind wichtig, um später Energie aufzufüllen, dass ihr viel spielen könnt. Und wenn ihr viel spielt, kriegt ihr automatisch Belohnungen. Das heißt, ihr müsst nicht einzelne Beschwörungen für 75 machen. Spielt lieber, dann habt ihr die Chance, eine mystische im Spielen zu kriegen und Runen zu kriegen und 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 und. Darum sparen ist die bessere Variante. Aber wir werden ein Video machen, wie komme ich an Gems? Was mache ich mit denen? Und wie komme ich an mystische Schriftrollen? Und was mache ich mit denen? Ja, ich mache sie auf und beschwöre sie. Nein, aber wie komme ich an Schriftrollen? Werden wir auch noch Videos machen? So. Der eigentlich, das eigentlich, was ich mir gedacht habe, wie gehe ich die ganze Sache jetzt hier mit dem Guide an? Und da war für mich wichtig, das Spiel mal in ein paar Teile zu unterteilen. Momentan, ganz klar, bin ich hier mit dem Account frühester Beginner. Und die Beginnerphase, das schätze ich jetzt erstmal so vorab, das werde ich dann nochmal innerhalb der Phasen drauf eingehen. Aber ich denke mal, Anfänger, im Anfängerbereich ist man so bis Level Mitte 20, 25, 26, hängt immer ein bisschen davon ab, welche Monster kriegt man, welche Runen kriegt man. Was kann man dann schon machen? Also da mache ich es abhängig davon, in welchem Bereich man ist. Also es gibt den Anfängerbereich oder den Early-Game-Bereich, den Mid-Game-Bereich, den End-Game-Bereich. Und dann gibt es da in meinen Augen bei Summler's War noch on top mindestens mal einen Bereich, den High-End-Bereich, wo ganz, ganz viele Leute nie hinkommen werden, weil wir da echt von High-End, von richtig, auch teilweise richtig Kohle, die da reingesteckt wird, reden. Ich mit meinem Main-Account, für diejenigen, die jetzt neu sind, der ist Level 50, also das höchste Level, das es momentan gibt, aber ein Level zu erreichen, ist in Summler's War nicht wirklich wichtig. Ich habe, ich baue gerade an meinem 20. 6-Sterne-Monster und in Summe habe ich 5 und 6-Sterne-Monster, 60 Stück, dass ich die Riesen-, die Welten-Boss-Missionen alle mit 5-Sterne-Monster machen kann. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Es gibt einige, die haben viel mehr und andere, aber die noch lange nicht so weit sind. Darum, ich sage, so wie ich im Spielbereich bin, bin ich jetzt im End-Game angekommen. Ich kann Riesen-10 machen, ich kann Giant-10 machen, sogar in echt guten Zeiten. Meine Giant-Zeit ist 1,25 oder sowas. Meine Dragons-Zeit ist, weiß ich nicht aus dem Kopf, zwei Minuten, sage ich jetzt mal, so irgendwie in dem Dreh und versuche mich da natürlich stetig zu verbessern. Auch Negro würde ich schaffen, wenn ich da mal ein bisschen Zeit investieren kann. Bei allen Rates komme ich auf A, A- und das ist für mich dann so der Anfang ins End-Game. Da, finde ich, ich mich jetzt mit meinem Main-Account und natürlich das High-End-Game, das ist wirklich, wenn so die Top-500-Spieler, die überall Guardian sind, Guardian 3 in Arena und und und. In den verschiedenen Phasen sind verschiedene Sachen für uns wichtig. Jetzt gerade am Anfang ist unsere Hauptaufgabe, sage ich mal, wirklich hier die Welt zu erkunden und den Kairos-Dungeon freizuschalten. Arena ist auch eigentlich, in Summerswork gilt, so viel wie möglich mitzunehmen, ohne viel Zeit einzusetzen. Also das heißt, unser Ziel ist jetzt, sich hier auf die Main-Map zu konzentrieren, die Belohnungen abzukassieren, die man da kriegt, gucken wir uns gleich an, und Kairos-Dungeon freizuschalten. Wenn wir dann irgendwann die Arena freigeschaltet haben und da 1-2 Arena-Kämpfe machen, von mir aus 5-6, ist das in Ordnung. Nur wir legen nicht unseren Fokus auf Arena, weil Arena braucht man geile Monster, nur dann kann man oben mitspielen, nur dann kriegt man gute Belohnung. Und so sich da jetzt auszutoben, wäre für den Anfang, selbst für das Mid-Game, zu früh. Ich jetzt mit meinem Endgame, ich habe jetzt die Monster, dass ich Arena echt gut durchziehen kann, ich bin ganz gold, ich habe diesmal das erste Mal einen goldenen Stern geschafft, und da brauchen wir halt die richtigen Monster zu. Also Arena, nehmen wir mit, was wir kriegen, machen wir das eine oder andere Kämpfchen, stellen eine ordentliche Verteidigung auf, aber legen wir nicht den Fokus drauf. Selbe TOA, der Turm der Prüfung. Sobald wir den dann irgendwann freigeschaltet haben, spielen wir den nebenher so weit, wie wir kommen. Aber auch das, da nehmen wir jeden Bonus mit, den wir kriegen, ist nicht wichtig. Riss der Welten. Da lassen wir ganz und gar die Finger davon. Das ist Endgame-Content. Hier reden wir von Raid mit zwei anderen Spielern zusammen. Hier reden wir von den Rift-Bossen. Und das ist wirklich Endgame-Content. Ich sehe ganz, ganz häufig, dass Level 20, 28, 30 Raid 1, 2, 3 spielen wollen. Zu Raid brauchst du geile Monster mit geilen Runen und musst verstanden haben, was Raid bedeutet. Das werden wir irgendwann machen. Aber am Anfang, lass die Finger davon. Jeder sagt ja, uh, Homukulus, ich will unbedingt einen Homukulus haben. Ähm, ja, die, die sich den direkt geholt haben, finde ich gut. Die da Energie reingesteckt haben. Ich hatte meinen Fokus woanders draufgelegt. Jetzt bin ich wahrscheinlich nächste Woche so weit, dass ich meinen Homukulus habe. Ähm, es, dazu müsst ihr Level 50 sein. Ihr müsst bei den Riften A schaffen, A- schaffen, von mir aus auch B schaffen. Aber ihr müsst da A- schaffen, um die Materialien zu kriegen. Sonst ballert ihr da so viel Energie raus. Für eine Einheit, ähm, auch wenn es eine gute Einheit ist, konzentriert euch auf eure Monster, auf Runenfarben, dass ihr an sich höher kommt und dann müsst ihr keinen Rift machen. Ähm, ich weiß, wenn ich jetzt solche Sachen sage, was jemand machen soll und was jemand nicht machen soll, wird es immer Leute geben, ja, aber ich habe schon mit Level 28 mein Homukulus, das ich jetzt mal in Frage stellen würde. Ähm, es hängt viel von Monstern und Runen hat, die man hat, wo man sich drauf konzentriert. Ich sage euch jetzt erstmal den Basisfahrplan, wie ich hier vorgehen werde. Gildenkampf ist auch sowas. Sucht euch eine Anfänger-Gilde, guckt, dass ihr mitkämpft, legt dabei keinen Fokus bitte drauf. Ähm, wir haben ganz viele relativ, also wir haben einige Spieler, die deutlich besser sind wie ich, äh, in der Gilde. Ein paar, die auf meinem Niveau sind und noch ein paar, die da ein bisschen drunter sind, ähm, die jetzt aktiv mitspielen. Und wir schaffen es gerade mal, Guardian 1 bis, ähm, ähm, ja halt, die darunter Gold 3 Sterne zu schaffen. Äh, dann kriegt man dann 150, äh, Beschwörungsstücke pro Woche. Ähm, das heißt, eine Gilde, die aus Level 20, Level 30er Leuten ist, wird es so sehr nicht reißen, dass ihr da aktiv Energie reinstecken müsst. Mitmachen, ja? Alles abgreifen, was ihr könnt, schon mal sparen für, ähm, legendäre Schriftrollen, für, ähm, die Ifrids, die dann kommen. Das ist wichtig, aber nicht, nicht unseren Hauptfokus. Also Hauptfokus Map, Kairos Dungeon, äh, Riesen, 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 Riesen. So. Das ist der Fahrplan, ähm, und sobald wir dann halt vom Early Game ins Mid Game, legen wir unseren Fokus auf Riesen und Drachen. Sobald wir dann Richtung Endgame kommen, fangen wir Turm der Prüfung drauf an, uns mehr drauf zu konzentrieren. Wie gesagt, vorher alles mitnehmen, was geht, weil die Stufe 10, da kriegt man 50 Energie und 10 kann man ganz schnell schaffen und 50 Energie wollen wir nicht verschenken. Ähm, und auch hier erwarten uns ja noch einige Sachen. So, jetzt habe ich wieder viel gequatscht. Jetzt wollen wir uns eigentlich die Monster angucken. Ähm, wir wollen eigentlich erst mal den Bosskampf hier machen. Darum habe ich nämlich aufgehört gestern. Ich habe hier ein bisschen gefarmt und den Bosskampf gemacht. Wir können drei Monster mitnehmen. Wir behalten jetzt mal die drei Monster und, ähm, auch wenn wir... Oh, er hat ein Speedlead. Ah, erhöhte Angriffstempo, verbündete Monster mit Wasserattribut um 23%. So, jetzt kommt das, wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber das ist ganz, ganz wichtig. So, unser Gegner ist ein Wassermonster. Wir haben ja letztes Mal gelernt, Feuer schlägt Wind, Wind schlägt Wasser. Wasser schlägt Feuer. Heißt, Wasser schlägt Feuer. Wenn ich unseren Sieg mitnehme, wird mindestens mal spätestens der Boss Sieg fokussieren und wahrscheinlich mit einem bis tot machen, weil er sogar noch einen Bonus gegen unseren, ähm, Sieg oder unseren Feuerhöhlenhund hat, der noch nicht erweckt ist, also noch kein Sieg ist. Heißt, nehmen wir raus, nehmen dann doch vielleicht unser Wassermonster mit, auch wenn der... Ich müsste gucken wir jetzt mal die Werte an. Oh, Teamangriff hatte. Gar kein schlechter. Ähm, ja, wir spielen jetzt, ich lasse trotzdem mal Sieg drin, weil ich denke mit seinem Dreifach-Energie-Bonus, das hatten wir ja letztes Mal gesagt, Runen ist ein Zweierset plus 15 Energie. Der hat das jetzt dreimal, also kriegt plus 15, also dreimal plus 15 Prozent plus HP plus das, was die grottenschlechten Einsternerunen hier noch können. Ähm, und das heißt, er kriegt plus 650 HP, also Lebensenergie, und das ist schon ordentlich. Ihr seht, das ist die Hälfte, was jeder hier, ähm, bei mir nochmal on top drauf hat. Einfach nur, weil ich das hier dreimal durchgespielt habe. Und viele fragen immer, äh, wie komme ich weiter, wie komme ich weiter? Indem man farmt. Ich habe extra den Boss hier nicht angegriffen, sondern erstmal meine Monster mit Runen vollgemacht, indem ich das hier dreimal durchgespielt habe. Ähm, und darum, das ist wichtig. Das ist in meinen Augen ganz wichtig. Nicht durchraschen. Logisch wäre ich auch schon am liebsten die Map durch, aber es ist viel klüger. Ähm, ein bisschen zu farben, seine Monster besser zu machen, und auch wenn man an irgendeiner Stelle mal hängen bleibt, farmt, spielt eure Monster, ähm, gebt denen Ruhen, und dann schafft ihr die, 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 das Ding auch allein. So, mit Level 5 habe ich mir den Auto-Play-Button, ähm, freigeschaltet, ähm, was sehr, sehr gut ist. Was ich finde, was am Auto-Play schön ist, man sieht das, was ich gerade gesagt habe, dass, ähm, weil hier greifen die Monster immer ihr, äh, wo sie einen Vorteil haben an. Also siegt der Feuer, greift immer das Wind-Monster an, das sieht selber Element an. Und ihr seht's, ich hab gesagt, er greift als erstes unseren Sieg an. Ähm, da wir voller Energie sind, schaffen wir den hier relativ easy. Und müssen selbst ohne uns die Fähigkeiten anzuschauen, äh, anzuschauen, ähm, kommen wir durch. Die KI, die jetzt hier das Auto-Play steuert, ist meist ganz gut. Heißt aber, wenn ihr jetzt den Kampf hier knapp verloren hättet, macht es vielleicht Sinn, den Kampf händisch zu machen, ähm, und euch Gedanken zu machen, was will ich denn mit der Fähigkeit und so eine grottenschlechte Rune kriegen wir da. Ähm, was wollen wir denn erreichen? So, die Story könnt ihr euch selbst in Ruhe durchlesen, aber die ist für uns nicht wichtig. So, deshalb, hab ich nämlich gesagt, ähm, machen wir das nicht. Wir haben eine Belohnung bekommen, weil wir das erste Ding, die erste Insel abgeschlossen haben, ist ein Drei-Sterne-Licht-Monster. Was hatten wir bei Licht gesagt? Licht schlägt Dunkelheit und ist neutral gegenüber den normalen Elementen, ähm, und das heißt, wir haben ein nächstes Drei-Sterne-Monster. Klicken mal alles weg, damit wir uns den gleich mal angucken können. Ist es ein gutes Monster? Das greife ich jetzt schon mal vorweg. Es ist ein OK-Monster. So, jetzt ist die nächste Insel freigeschaltet, da können wir machen. Was ich aber eigentlich euch noch zeigen will, ist hier die Herausforderung. Tägliche Belohnung, so viel machen wie ihr könnt. Da gibt es ein bisschen Gold und natürlich ein bisschen XP, dass ihr höher kommt vom Level. Und pro Level Aufstieg kann ich ein Energie mehr haben. Wenn ich ein Energie mehr habe, kann ich mehr kämpfen. Also das heißt, wenn ihr dann mal Level 50 seid, seid ihr hier oben bei 86 und durch 1, 2, oder bei 80 und, äh, mit 1, 2, ähm, Gebäuden, die man dann aufwerten kann, kommt mal bis 90 Energie hoch. Was sehr, sehr gut ist. Und hier seht ihr, wir haben ganz viele Quests gekriegt, um die wir uns auch jetzt kümmern. Oben, ich bin Level 6. Hier habe ich 10 Missionen, die ich gesammelt habe. Und, ähm, dafür kriege ich Mana und XP. Und wir sammeln die mal ein, weil, Moment, ich mache es erst mal mit euch. Wir gehen mal hier in den Shop. Ich möchte natürlich ein paar Gebäude haben. Das habe ich jetzt freigeschaltet, den magischen Laden. Den können wir jetzt kaufen. Ich möchte natürlich auch ganz, ganz schnell den Tempel der Wünsche haben. Da kann ich jeden Tag einen Wunsch machen. Und da kann ich, das meiste kriegt man Energie, 10.000 Mana oder, ähm, Arena-Flügel für das hier. Aber manchmal kriegt man auch ein geiles Monster, eine geile Rune, eine mystische, einen Engelmon, ähm, oder, oder, oder. Und darum ist das ganz wichtig, dass man das Gebäude schnell hat. Und auch der Shop ist ganz wichtig, dass man ihn schnell hat und auch schnell maxed. Und darum machen wir das nämlich heute. Wir sammeln jetzt mal als erstes alle, ähm, Belohnungen an. Und dann gucken wir mal, was gibt es denn noch für Belohnungen. Können wir jetzt erst mal gucken, bevor wir einsammeln. Ähm, hier gibt es zum Beispiel eine, da haben wir eine gewöhnliche Schriftrolle dazu gekriegt. Ist jetzt nicht der Burner. Aber es gibt auch, ähm, hier kriegt man 5900 XP. Wenn man das Vermächtnis von Mount Sys durchmacht, das ist das nächste Inselteil, was wir jetzt machen können, kriegen wir sogar ein 4-Sterne-Monster, den Magieritter. Ähm, ihr werdet jetzt fragen, ist er gut? Für den Anfang ist er gut. Er ist kein schlechter. Macht das Ding nicht auf 6 Sterne? Nein, 5 Sterne ist okay, aber nicht auf 6 Sterne. Monster gucken wir uns gleich an. Ähm, also das heißt, wenn man hier weiter runter geht bei den Missionen, und da kommen immer noch mehr dazu. Bei den Errungenschaften gibt es dann halt auch echt nette Belohnungen, Schriftrollen, Mystische. Das heißt, wenn ihr jetzt das hier sich anzugucken, Anfänger, Monster-Trainer, was müssen wir machen? Bringe ein 3-Sterne-Monster auf sein Max-Level. Super. Müssen wir nur spielen und ein Monster trainieren, bis er Max-Level ist, kriegen wir einen Regenbogenmon. Ähm, also darum. Das ist ein ganz netter, ich nenne es mal Leitfaden. Was könnte man denn als Nächsten machen? Ah, der Fluch der anderen Welt. Gibt 50 Gems. Nice. Absolviere den Raid 30 Mal. Was haben wir gesagt? Raid lassen wir die Finger davon. Also irgendwas, was wir uns später holen. Feuerbiest-Herausforderung. Auch das ist jetzt was. Die coolen Schriftrollen kriegt man erst mit bei harten Aufgaben. Aber hier kann man einfach mal durchgucken, was könnte man denn jetzt schon schaffen? Hier, Wächter der Chiruka-Ruinen, Wächter der Höllenruinen. Einfach die Maps abschließen, dann kriegt man Gems. Nice. Das wollen wir. Also, da immer mal reingucken und alles, was so ist, einsammeln, weil, ihr werdet es gleich sehen, allein durch das Einsammeln, bin ich mir relativ sicher, werden wir ein Level aufsteigen. Langsam wird es knapp. Ah, die 900 machen es aus, oder? Nein, Mist, ich habe gedacht, wir schaffen es. Aber, ähm, so, wir gucken uns dann einfach mal die Quests an. Alles, was sie da labern, ich drücke das wirklich weg. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht und selbst am ersten Mal hat es mich genervt. Alle anderen, jetzt bin ich gerade selbst überrascht. Ah, die Arena-Insel. Jetzt dürfen wir Arena kämpfen. Ab Level 6. Hey, das Arena-Portal ist geöffnet. Boah, ist das nicht faszinierend? Geil, immer auf die Mütze zu kriegen und so. Okay, Arena. So, dann sollen wir den Händler bauen. Wie gesagt, Händler ist ganz wichtig, den bauen wir auch gerne. Und, ähm, Runen. Das heißt, wir gehen in den Shop. Als allererstes bauen wir mal einen Verteidigungsturm, der kostet 1000 Mana. Ähm, den platzieren wir erst mal irgendwo. Den braucht man, wenn man Arena-Verteidigung macht. Ähm, sobald ihr einen Arena-Kampf macht, seht ihr, ist ja immer da so ein Laser, äh, den man abkriegt und das halt, äh, das, was der Gegner von euch abkriegt. So viele Türme, wie ihr habt. Die waren immer teurer und darum 10 ist schon ordentlich. Magische Laden, ganz wichtig. Inseln könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt noch mehrere Inseln später zukaufen, aber das nur optisch. Und wenn hier sowas steht, Tausche-Account, Verkauf-Account, lasst die Finger davon. Das sind alles Faker, die euch in euren Account klauen wollen. So. Jetzt haben wir den Shop gebaut. Im Shop gibt es Runen, wie wir gerade sehen. Da gibt es Schriftrollen und manchmal auch 1, 2, 3, nee, 3 Sterne glaube ich gar nicht, aber 1 und 2 Sterne Monster. Uns interessieren ganz speziell gute Runen. Und uns interessieren natürlich mystische Schriftrollen oder irgendwas, wenn es die hier gibt. Momentan haben wir hier 4 Plätze, wo was kommen kann. Alle Stunde aktualisiert der Shop. Ich könnte für 3, ähm, Gems den aktualisieren. Müsst ihr jetzt noch nicht machen. Das kann man im Endgame machen. Ähm, bevor man zum Beispiel 75 für eine GEM-Beschwörung ausgibt, kann man eher mal 25 mal hier aktualisieren. Und da hat man bestimmt dann eine Mystische im Shop. Ähm, das erste, was unser Ziel ist, ist das hier zu erweitern, dass wir alle Slots haben, 10 Stück. Und das ist das erste, was wir mit Gems und mit Mana machen werden, was nicht mit unseren Monster und Runen zu tun hat, sondern das hier ganz erweitern. Das heißt nämlich, umso mehr Slots wir haben, umso mehr die Chance haben wir, dass was Gutes ist. Also das heißt, das hier nehme ich jetzt einfach mal mit. Bei den Gems bin ich ein bisschen knauserig. Warte ich erst mal ab. Aber Schritt für Schritt, weil, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die hier im Video noch. So, ich klicke alle Quests ab, die wir schon erledigt haben. Was ist das hier? Durchsuche Mount. Irgendwas, das machen wir gleich. Und verfolgt die ständige, den Set der Hauptdrohne. Das haben wir doch. Siehst du, haben wir. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier Mount Size durch. Kannst du absolvieren. Von Stufe 7 mit Monster erhalten wir unser 4-Sterne-Monster. Das ist das jetzt, was wir als nächstes machen. Wir spielen durch. Und dann ist es natürlich so, ein... Ich sage es jetzt mal ganz pauschal. Ich weiß, es ist nicht so. Aber ein 2-Sterne-Monster oder ein 3-Sterne-Monster ist besser wie ein 2-Sterne-Monster. Ein 4-Sterne-Monster ist besser wie ein 3-Sterne-Monster. Und ein 5-Sterne besser wie ein 4-Sterne-Monster. Es gibt Ausnahmen. Es gibt viele gute Monster. Und darum gucken wir uns jetzt alle 2- und alle 3-Sterne-Monster an. Für das... Bereit für die Beschwörung? Ja, wir beschwören jetzt einfach halt erstmal, wenn es das Ding von uns will. Aus den gewöhnlichen Schriftrollen können 1, 2 und wenn es hier blitzt, 3-Sterne-Monster rauskommen. Grüne Blitze ist das, was wir sehen wollen. Oh, da haben wir einen... Der ist nur ein 2-Sterne-Monster. Aber das ist ein Monster, das von Anfang bis Ende gespielt werden kann. Er ist toll. So. Gehen wir später gleich direkt ein. Aber es gibt durchaus... Das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt durchaus 2-Sterne-Monster, die man von Anfang an spielen kann. Die bis hoch ins Endgame gespielt werden. Weil die echt gut sind. Und Konamia, so heißt er, wenn er erweckt worden ist, ist eins von den Monstern. Und darum gehen wir jetzt alle 2- und 3-Sterne-Monster durch, nachdem wir beschworen haben. Und sagen... Das ist gut langfristig. Und das ist gut für jetzt. Im Endeffekt... Ich gehe jetzt nicht auf 4- und 5-Sterne-Monster ein. Die sind für unseren Stand des Spiels immer geil. Weil, sobald aus den mystischen Schriftrollen einmal ein Blitz rauskommt, also aus den großen goldenen Schriftrollen, ist das richtig geil für uns. Es gibt ganz wenig Monster, die 5-Sterne sind und die für den Anfang ungünstig sind. So spontan fallen mir da 2 ein. Das ist, wer meinen Main-Account kennt, das ist Tiana. Und das ist Leo. Heißt der Leo? Der Wind Death Knight. Er heißt nicht Death Knight, der Wind... Halt das, was Chao auch ist. Drachenritter. Dragon Knight heißt er. Ja, vorhin habe ich gesagt, wir geben natürlich nur Gold und Gems dafür aus. Wir können nur eine begrenzte Anzahl an Monsterplätzen machen. Und das habe ich vergessen. Gut, dass ich vorher nicht ausgegeben habe. Wir müssen jetzt natürlich auch Platz machen, dass wir Monster mitnehmen können. Also auch dafür geben wir Gems aus. Aus unseren gewöhnlichen Beschwörungen kamen keine Blitze raus. 1 und 2 Sterne, alles was Silberstern ist, kann definitiv weg. Und manche der Monster sind gut. Die 2 mystischen machen wir ganz zum Schluss, damit ihr im Grund habt dran zu bleiben. Also, ich sehe gerade, wir haben Freunde anfragen. Oh, das ist nett. Browns, danke, Level 50 Freund. Nehmen wir gern an. Möchtest du die Freundschaft annehmen? Natürlich. Und auch die beiden Level 12 Freunde nehmen wir an. Freunde sind in Sammlerswo ganz wichtig, weil ihr habt die Möglichkeit, mit dem Monster des Freundes zu kämpfen. Einmal am Tag ein Monster des Freundes, das er auswählt. Und das bringt euch natürlich, wenn wir so dicke Freunde haben, also dick, Level 50 Freunde haben, oder 40 oder 30 am Anfang, bringt das uns durch das eine oder andere Level, wo wir vielleicht nicht weiterkommen. Hier haben wir wieder so eine Mission. Also hier sind wieder neue dazugekommen. Und wir haben noch irgendwas erfüllt. Und auch eine tägliche Mission haben wir erfüllt. So viele Missionen erfüllen, weil man einen Bonus kriegt. So, und jetzt, das Video geht schon lang, aber jetzt gehen wir die Monster durch. So, hier ist die Sammlung aller Monster. Alles, was Silver Monster sind und Einsternemonster, interessieren uns nicht. Die sind immer Schrott. Auch wenn ich jetzt mit meinem Main-Account das niedrige Elementar von allen gebaut habe. Aber das habe ich nur aus Fun gemacht und nur als Arena-Troll-Verteidigung brauchen wir am Anfang nicht. Die beiden hier, das sind Angelmons. Angelmons sind Auf-Level-Dinger. Ja, nenne ich sie mal. Die muss man immer erst erwecken. Gucken wir uns irgendwann an. Und dann nimmt man die, um die in einen anderen Monster reinzustecken, dass die schneller trainieren. Und das hier ist ein Krönigsangelmon. Das ist halt noch cooler wie ein Angelmon. Und jetzt gehen wir hier alle 2- und 3-Sterne-Monster durch. Und ich sage euch, für welches Element die gut sind, aber jetzt wirklich in der Beginnerphase, wo wir jetzt sind. Die würde ich vielleicht sogar noch vor die Early-Game-Phase schieben, sondern wir sind jetzt ja wirklich unter Level 10. Für uns ist jedes 3-Sterne-Monster geil, weil das einfach besser ist, wie das, was wir haben. Und dann gibt es halt Monster, die sind langfristig gut. Also, der Imp ist, ja, der Wasserimp wird mal gespielt. Ist jetzt kein Monster, das ich langfristig nehmen würde. Der Wasserimp hat halt ein paar Stärken, weil der Schaden abhängig von seinem Leben, äh, abhängig von dem Leben des Gegners macht. Und, ähm, wenn ich natürlich einen dicken Boss mit 1 Million Leben habe und er abhängig, sein Schaden abhängig macht von dem Gegnerleben, dann macht er schon viel Schaden, ähm, Sekunde. So, Pardon. Ähm, ein Monster, das in einem Element 2 Sterne ist, ist meist in den anderen Elementen die gleiche Sternanzahl. Muss aber nicht sein. Es gibt Ausnahmen, wo dann, ähm, 4 Monster, 2 Sterne sind und das eine Element, weil es dann doch ein bisschen zu UP war, haben sie dann auf 3 Sterne gesetzt. Ähm, jo, machen wir mal hier weiter. Also, würde ich jetzt nicht mich drauf anaufhalten. Das hier ist die Pixie, die, wie heißt sie auf Deutsch, die Elfe. Ähm, bei der Elfe ist die Wind-Elfe eine, die man, hier ist sie, ähm, eine, die man langfristig spielen kann. Die, das ist die Shannon, hier oben seht ihr sie, die Shannon hat einen guten Buff, einen guten Debuff, also sie gibt euch Angriff und Attack-Buff. Ähm, die spielen Leute in Dragons B10. Werden, wird die noch gespielt? Ich persönlich mag sie jetzt nicht so sehr, ähm, weil sie einfach sehr wenig Leben hat. Da gibt es andere Alternativen dazu. Aber ein gutes Monster, was man, äh, auch durchaus spielen kann. Nö. Bei den, ähm, Höllenhunden ist der Feuer, den wir haben, der ist gut. Ja, die haben alle ein bisschen wenig HP, aber den Höllenhund, der hat schöne Buffs drauf, wenn der erweckt ist, den kann man spielen. Feuer, man kann, der Wasser wird im Endgame tatsächlich gespielt. Ähm, das ist Tark, den spielt man auch in, in Riesen-Endgame. Stimmt gar nicht, in Dragon-Endgame. Und, ähm, hat auch an ein paar anderen Stellen Platz. Er ist gut, er ist ein netter Attacker, ist für einen Anfänger so sehr nix. Schadet aber nicht, wenn man ihn jetzt ganz am Anfang ein bisschen spielt und dann aufhebt und dann später weiterspielt. Die Kriegsbären, da sind wir jetzt auch schon beim richtigen, das hier ist Ramagos. Ramagos ist ein Biest. Früher, als ich angefangen habe, war Ramagos eines der Monster, das Pflicht war. Das sage ich jetzt auch noch, er ist gut, er macht viel, viel, viel Damage. Er kann, äh, Famen, das ist die Feuerinsel da hinten, hell alleine spielen. Ähm, und das ist für einen Zwei-Steine-Monster geil. Er macht Schaden abhängig, auch mit HP, das lesen wir uns irgendwann mal alles durch. Aber, wenn ihr den habt, sobald ich den kriege, behalte ich den und baue mir den, wenn ich nicht bessere Wind-Monster kriege. Und er ist da auf jeden Fall ein ganz guter. Jo, die Inferno, die Elementare sind ganz okay. Konamia, also die Garudas, da haben wir schon gesagt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum geht der? Redet der nur von Feuer, Wasser, ähm, Wind? My Light Dark ist einfach selten. Alles, was Light Dark ist, aufheben. Irgendwo hinlegen, auch wenn ihr das nicht spielt. Wer weiß, was kommt, Light Dark-Kram kriegt man selten. So, der Wind-Garuda würde ich jetzt nicht zwingend spielen. Der Feuer-Garuda würde ich nicht zwingend spielen, auch wenn er ein paar gute Fähigkeiten hat. Ganz toll ist Konamia, der Wasser-Garuda, den wir gerade gezogen haben. Der hat sehr viele gute Fähigkeiten, den braucht man immer von Early bis Endgame, kann man den spielen. Und wenn man ihn mal in ein paar Ebenen dann liegen lässt, ähm, aber den braucht man. Und wir kriegen auch den hier, das ist Theon, der Licht-Garuda, hä? Hä, ich wollte nicht, naja, ist egal. Den Licht-Garuda, den auch aufheben und nicht in hier rein schieben, schieben, genau. Also ich gehe mal ein bisschen schneller durch, weil die Zeit drängt. Nö, brauchen wir nicht, ähm, das ist okay. Auch hier die Harpu, da brauchen wir die Feuer-Hapu, das ist Colleen, auch ein Zwei-Sterne-Monster. Wird auch von Anfang bis Endgame gespielt, dafür ist sie gut. Ähm, auf jeden Fall behalten. Hier, die Haul, tja, auch hier sage ich, ist die Wasser ganz gut, die Wasser ist ein Heiler, die hat auf zwei Fähigkeiten Heal, sie ist so ein Einstiegsheiler. Die kann man am Anfang durchaus spielen, mehr brauchen wir nicht. Ähm, die Fee, Fee, haben wir die Wasser-Fee, hat jeder zum Start, die ist auch okay, ist ein Heal und ein Debuff. Ähm, auch vielleicht irgendwann, wenn man keine Alternativen für sie hat, kann man sie auf fünf Sterne machen, aber nicht weiter. So, jetzt sind wir bei den Drei-Sterne-Monstern. Jetzt für die ganz frühe Phase ist jedes Drei-Sterne-Monster für uns ein Gewinn. Ähm, es gibt drei Sterne-Monster, die wir noch im Endgame spielen, und es gibt drei Sterne-Monster, die wir halt dann ab Midgame eher links liegen lassen. Für den Anfang spielst ihr alle, bis ihr was Besseres habt. Unser Ziel ist ja, wenn wir die Maps durchspielen, immer, wenn da drei Wassermonster stehen, dass wir drei Windmonster dagegen haben. Mindestens mal, das wäre ja wünschenswert, weil damit wir immer den Vorteil kriegen vom Element. Ähm, und darum, jo, das Video ist jetzt schon viel, viel, viel zu lang, darum machen wir die Drei-Sterne-Monster einfach beim nächsten Video. Und ich mache jetzt noch schnell meine Beschwörungen und alles andere sehen wir dann bei der nächsten Folge. Bis dahin werde ich die zweite Map durchgespielt haben. Und, ähm, also, jedes Drei-Sterne-Monster ist ein Gewinn. Blitze sind hervorragend. Den haben wir gerade schon als Licht gekriegt, als Belohnung. Ist für uns schon mal in Ordnung. Und, keine Blitze, das ist sehr schade. Und das ist der Feuer-Imp-Champion. Auch kein Monster, was wir bis zum Ende spielen. Aber schon mal für uns jetzt besser wie alles andere. Und wie gesagt, nächstes Video gehen wir die Drei-Sterne-Monster durch. Und, äh, machen die Map noch ein bisschen weiter. Und gucken, was uns sonst noch so erwartet. Stellt eure Fragen unter dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch. Darum, bis dann. 4. 7. 8.